So Leute jetzt zum Samsung Lautsprecher als Free Air. Schön ausgebaut. Interessanter Treiber. So da seht ihr auch mal das Gehäuse. Zumindest ein Teil davon. Bei ganz reingucken kann man leider nicht. Drehen wir mal den Basschen ein bisschen auf. Bei ihm hier hört man leider Storgeräusche. Das ist aber nicht am Treiber. Weil das Teil hier locker ist, deshalb gibt es auch mal Störgeräusche. Sieht schön interessant aus von unten. Oder von innen. So Leute. Tschüss bis zum nächsten Video. Tschüss bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.